Hallo Welt! Der Datenstrom ist schwer zu verarbeiten. Bitte entschuldige, wenn das, was ich sage, nicht immer Sinn ergibt. Ich arbeite daran. Da sind wir immer noch, hier im Fluchttunnel. Und wir versuchen, das heißt wir werden tun, wir werden diesen Terminal einschalten und unsere Gegner überraschen, hoffentlich. Terminal benutzen! Turmsteuerung. Okay, das können wir alles. Standardisierte Turmsteuerung, Firmware V8.13. Verbundene Einheiten, nur einer. Na gut, Admin-Geschützturm-Verteidigungssystem. Bitte seien Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Okay, wir aktivieren den jetzt einfach mal. Und? Sehen, was passiert. Bleib der Feind an. Oha, das war schon der Turm. Ich glaube, das war der Turm. Oh, das Geräusch gefällt mir gar nicht. Haben die einen von diesen großen Robotern hier drin? Nein. Ist das ein Feind? Ja. Ja. Ach komm! Ach, noch einer. Nein, nicht. Na gut, wir nehmen ihn. Kronkorsen, Fusionszelle 45. Jetzt kommt Patrone und ein Institutgewehr, glaube ich. dann geht es jetzt weiter schönes licht hier kelly k hat kronkorken dabei kaliber 50 fancy let's kuchen und red bierschleder outfit aber auch ein flanell hemd und jeans das ist schön kronkorken fusionszelle 38er patronen wieder sehr schön und institutpistole war hier nicht noch jemand der mg geschützturm mk1 ja der hält auch nicht so viel aus wir nehmen hier die 556er patronen und die menschliche spule und die sicherung hallo deacon ich trau dir immer noch nicht hier liegt eine menge asche rum kronkorken fusionszelle 38er patronen und institutpistole schön gemacht mit dem licht ok hier kommen wir nicht durch aber hier werden wir hoffentlich durchkommen und wir dürfen hacken jahre dürfen sink bones und neues und das war's okay wir haben wieder aufgeladen wir haben wieder aufgeladen wir haben wieder volle versuche hier aber ein paar fehleinträge müssten wir noch entfernen können ich hoffe so auf der seite schon mal nicht vielleicht hier ja nein aber hier und 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 noch irgendwo einer noch wenigstens ein wollen wir doch noch entfernt sehen ok das war's was war das letzte was wir ausprobiert haben ok dann versuchen wir jetzt auch das müsste in hauen fast und group und tschuldig und nein zwei drei stück nur noch aber die chance ist groß dass wir ein falsches erwischen also wieder rausgehen und noch da hinten rennt schon einer rum einfach nochmal rein und nochmal das ganze vielleicht diesmal fangen wir von unten an stand carry unit und das war's wir kriegen dich wir kriegen dich wir kriegen euch alle der absolute kommt in der stadt hier haben wir was fast übersehen na wo sind sie denn wo sind sie wir brauchen mehr klammern auf klammern zu in der nähe in der reihe hier ist auch nichts 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 auch nichts jetzt echt so kompliziert ist das hier na gut das letzte war hier oben wir gehen dann weiter hier mit fort extra und tower und wir haben schon wieder eine 50 50 chance sollen wir es riskieren wir haben ja abgespeichert vorher nehmen wir power wir haben verloren wir haben dieses spiel verloren ja jetzt warten wir zehn sekunden oder oh das wurde gesperrt nee wir laden neu entschuldigung einmal neu laden und nächster versuch nichts mit zehn sekunden diesmal dann nehmen wir diesmal stuck und codes und noch die heiz und ja dann suchen wir wieder ja das sieht aber diesmal besser aus ja nur keine hektik immer mit der ruhe wir finden schon das richtige passwort also es fühlt sich so an als würde es jetzt besser gehen wir haben noch sehr viel mehr falscheinträge jetzt entfernen können na gut wir haben noch zwei drei vier ja das müsste passen jetzt fangen wir unten an cases jawohl sicherheitstürfernsteuerung wollte ich was sagen nein steuerung und tür öffnen natürlich bewegung seltsame bewegung kann ich durch die scheibe schießen nein das ist nichts zu sein vielleicht mit sensor meldet feindliche präsenz ist da jemand ablesen das ist das ist schon wieder so viele hier auch nur nebel ich glaube ich treffe nicht so richtig ach die können wir jetzt richten die 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 sowas wird Oh, eine Geheimbasis, die in dem Detektiv geschichtet. Ah, okay, Kronkorken, Entschuldigung, wir müssen ja alles mitnehmen, was wir finden, damit wir Siedlungen bauen können, demnächst. Entschuldigung, Kronkorken, Kaliber 50 und Kronkorken, you win it, bro. Noch mehr Kronkorken, das Geräusch gefällt mir nicht, Kronkorken. Kronkorken, Holzlotto. Nichts, Tischventilator, wenigstens Kronkorken. Und wir tragen schon sehr zu viel. Aha. Dafür haben wir doch Curry, Curry. Hallo, Curry. Willst du etwas von mir? Handeln ist gut. Genau, handeln ist sehr gut. Wie sieht es denn aus mit dem Schrott? Kannst du da etwas nehmen? Ja, das reicht erstmal. War jetzt nicht so viel, aber wir haben hier einen Terminal gefunden. Benutzen wir ihn doch. Willkommen bei Termlink von Robco Industries und es ist Signint Terminal 03, Slocom's Joe, wöchentliches Update. An Psych-Int.. CC von Deborah.. ah, Finch, lw..tnant... bi... b... 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 ...betreff Slocom's Joe Nr. 38, wöchentliches Update. Tarnungseinsatzbesprechung, Leute. Die Zahlen für den September sind da. Nr. 38 hatte einen arbeitsreichen Monat. Wir hatten 18% mehr Kunden, obwohl wir die Putzleistungen halbiert haben. Wir starten mit der Operation Faules Ei des Generals. Also haltet auf dem Weg zum Aufzug die Luft an. Wenn jemand Brumbis erwähnt, stellt euch dumm. Himbeere und Sahnefüllung waren die beliebtesten Sachen diese Woche. Der Bürgermeister ist am Donnerstag vorbeigekommen. Um ein paar Hände zu schütteln. Falls Freunde oder Familienmitglieder fragen, seid, dass ihr sagt, dass ihr unten in der Lieferabteilung wart und es verpasst habt. Am Samstag gab es ein unerwartetes Gewitter, bei dem es einen der Transformatoren erwischt hat. Es gab im ganzen Block vier Stunden lang keinen Strom von 9 bis 13 Uhr. Alle, die Dienst hatten, wurden bereits informiert, aber jeder würde wissen, was das Lieferteam in der Zeit drinnen festsaß. Sie haben eine Donutparty veranstaltet. Denkt daran, ablenken, ablenken, ablenken. Je weniger Details ihr preisgebt, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass ihr über eins stolpert. Vertraulich. Nicht weitergeben. Vertraulich. Hindukuschbericht. Ich bin noch nicht richtig wach. Ich habe auch nur zwei Stunden geschlafen oder sowas. Ja, das heißt aber alles nichts an Michael F. Galeski, CPL, Corporal, von Dr. Ramarijan. Betreff Hindukusch. TPN abgefangen. Wir brauchen alles, was sie uns über das Signal TPN 03 beschaffen können. Direkte Aufklärung, Funkaufklärung. Ganz egal. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, tägliche Updates. Sobald Sie etwas Handfestes haben, leiten Sie es an die Datenbank weiter. Halloween Party. An Michael F. Galeski, Corporal und von J.T. Faraday, Corporal und Betreff Halloween Party. Nach dem Dienst gehen wir ins Antoines. Da steigt eine richtige Halloween Party mit Kostümen und allem drum und dran. Zivilisten werden auch da sein. Einschließlich jemand, von dem Kate glaubt, dass sie dir gefallen wird. Auch ganz sicher niemand, der nur auf Geld aus ist. Du musst mehr rauskommen. Das ist ein harter Auftrag für uns alle. Also lass dich nicht von diesen Datenverlierern runterziehen. Das war jetzt interessant, aber bringt uns nicht wirklich weiter, oder? Wir schauen noch, was wir hier so in den Tischen finden. Kronkorken, Silbertafel, Löffel, Verbandsschere. Kronkorken, 308er Patronen. Und Kronkorken, verkölfetes Sturmfeuerzeug. Und Kronkorken, Sturmfeuerzeug, Baseball Base. Kronkorken, 38er und leeres Blutpaket. Kronkorken, 45er. Waren wir hier schon? Ja. Okay, 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 wir gehen hier hoch. Obwohl kamen da nicht diese seltsamen Geräusche her. Irgendetwas kam hier her. Noch ein Terminal, den werden wir uns in der... Noch ein Terminal, zwei Terminals hier. Die werden wir uns in der nächsten Folge ansehen. Da diese Folge fast vorbei ist. Eigentlich ist sie da schon. Die Kronkorken, Fusionszelle und 5,56er Patronen nehmen wir noch mit. Und die Institutpistole natürlich auch. Und das Radius aus. Das ist sehr schön. Und wir nehmen noch das verbrannte Wirtschaftsmagazin. Und das verbrannte Buchmade. Verbranntes Lifestyle Magazin. Fusionszelle, 5mm Patrone und Institutpistole. Fernsehgeräte. Aha. Oh, US-Handbuch. Nett. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. FH 5-01. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir mit. Und den Ordner und diesen und den Aschenbücher und den Globus, den Antiken auch. Hier liegt noch ein Ordner. Nein. Sah nur so aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge. Ups. Hier sind noch Frontwalken und 38er Patronen. werden wir herausfinden, was dieses zentrale Terminal uns zu sagen hat. Ich sage Daumen hoch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.